Nach der dritten Sommerhaus-der-Stars-Folge sind die Zuschauer offenbar beunruhigt. Der Grund? Claudia Obert. Achtung, Spoiler! Claudia Obert, große Sorge bei den Sommerhaus-der-Stars-Fans. Auf sie haben sich die Fans von das Sommerhaus-der-Stars besonders gefreut, als bekannt wurde, dass Claudia Obert, 62, in diesem Jahr zusammen mit ihrem Freund Max Suhr, 25, in die RTL-Wege ziehen wird, war die Vorfreude bei den eingefleischten Trash-Fans enorm. Doch nach der dritten Folge, die schon jetzt bei RTL Plus verfügbar ist, hat sich das Blatt allem anscheinend nach gewendet, viele Fans sind mittlerweile eher besorgt. Große Sorge, ich war erschrocken In der neuesten Sommerhaus-der-Stars-Folge kommt es erneut zum Zoff. Zwar sorgt auch dieses Mal wieder einmal Valentina Doronina, 23, für heftige Diskussionen und Streitigkeiten, doch auch Claudia Obert gerät plötzlich mit einigen ihrer MitstreiterInnen aneinander. Die Quittung folgt prompt, denn letztlich müssen die Unternehmerin und ihr 37 Jahre jüngerer Freund Max Suhr die RTL-Show als erstes Promepaar verlassen. Doch im Netz sorgen sich viele Zuschauer nach der Folge vor allem um den Gesundheitszustand der 62-Jährigen. Ich fand Claudia bislang ganz amüsant, aber sie hat im Sommerhaus ganz und gar keine Pluspunkte gesammelt. Sie wirkt unsicher, verbittert und krank. Total verlangsamt in allem. Ich war erschrocken, hab gestern die dritte Folge gesehen, will nichts verraten. Es ist erschreckend, wie sie rüberkam. Da kann ich nur zustimmen. Sie läuft so gebückt und unsicher. Sie hat meiner Meinung nach sehr abgebaut. Claudia ist irgendwie nicht mehr die Alte. Ob die Sommerhaus-Fans wirklich Grund zur Sorge um die Reality-Ikone haben müssen? Wahrscheinlich nicht. Im Netz zeigte sich Claudia Obert zuletzt topfit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017